Wow, so viel Geld! Komm schon, Kleiner! Wenn man in einem großen Einkaufszentrum auf sein Smartphone starrt, kann man schnell sein Kind aus den Augen verlieren. Coole Stühle! Würdest du eine Banane? Wir müssen nach Hause gehen. Bin ich entführt worden? Wo bringt sie mich hin? Samantha und Matthew haben gar nicht bemerkt, dass sie einen Jungen mitgenommen haben, der aussieht wie ihr Sohn. Schau dir dieses Haus an! Wir sehen uns beim Essen! Das ist genial! Sie sind reich! Schönes Auto! Ich würde gerne eine Probefahrt machen. Ich bin der King der Straße! Oh, der Alarm ist losgegangen! Das Gelände ist riesig! Es ist wie eine Burg! Es gibt sogar ein Trampolin! Ja! Juhu! Genial! Und was wäre, wenn ich als Kind Millionär wäre? Ich würde immer meinen Koffer mit viel Geld mitnehmen. Ich wäre der Beliebteste in der Schule. Wie kann ich beliebt werden? Oh, ich weiß! Komm her! Ich? Ja! Ja! Ich muss dir etwas sagen! Willst du etwas Geld verdienen? Abgemacht! Hi Leute! Hier! Seid nicht schüchtern! Das ist alles für euch! Warte mal! Was soll das alles? Also gut! Was ist denn da? Ein Pool! Er ist beheizt! Schau um das Schloss! Alle Vorteile des reichen Lebens sofort zu genießen! Dieser Kaffee ist super! Ich träume wohl! Teure Klamotten! Soll ich sie anprobieren? Taschengeld! Was? Für mich? So viel Geld habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen! Das muss ein Traum sein! Sean hat noch nie mit Millionären zu Abend gegessen! Er kann es kaum erwarten, ihre exklusiven Gerichte zu probieren! Nur Salat? Wie können die das essen? Entschuldigung! Ich muss dir was sagen! Groß und saftig! Kommt sofort! Sean hat den größten Burger bestellt, den die Köche machen konnten! Wer hat das alles gegessen? Wer hat das alles gegessen? Sorry! Ups! Hi! Schreib uns, worüber du gerne ein Video machen würdest! Wenn dein Kommentar die meisten Likes bekommt, machen wir es nur für dich! Bye bye! Es gibt nichts Gutes im Fernsehen! Mir ist langweilig! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Ein Poppet ist langweilig! Ups! Das war ich nicht! Was soll ich tun? Oh! Ich glaube, ich weiß! Hi! Ich schmeiß eine Party! Ruf alle an! Los geht's! Meine Eltern sind zurück! Weiter geht's! Es ist in Ordnung! Ein riesiger Park neben dem Haus der neuen Eltern ist der perfekte Ort, um Spaß zu haben! Aber leider ist niemand zum Spielen da! Ups! Mir ist langweilig! Oh! Ein Wachmann! Hier! Willst du bei spielen? Hier ist dein Schläger! Genial! Jetzt schlägst du auf! Sieht aus, als wäre jemand mit seiner Geduld am Ende! Ich bin so müde! Ich gehe heute nicht in die Schule! Guten Morgen! Was? Lass uns den Unterricht mit einer einfachen Gleichung beginnen! Sorry, aber Physik steht auf dem Stundenplan! Heute werden wir die Hauptstädte der asiatischen Länder durchgehen! Dieses Kapitel haben wir letztes Mal gehabt! Was ist denn hier los? Literatur ist wichtiger! Mein Kopf explodiert gleich! Ich weiß! Das ist für dich! Bye-bye! Dein Gehalt! Auf Wiedersehen! Und deins! Hier! Bye! Weniger Geld, mehr Freiheit! Was guckt ihr denn die ganze Zeit? Hier! Aha! Wow! Das ist Wu-Wu-Motion! Das sind ganz schön viele Klamotten! Das ist ja wie ein ganzer Laden! Oh! Leder! Oh! Ich bin der Beste! Nee! Nicht mein Stil! Willst du kämpfen? Bist du sicher, Kumpel? Probier meine Fäuste! Autsch! Das tut weh! Ich werde diese Stadt retten! Das war peinlich! Hi, Followers! In meinen Livestreams stelle ich euch die Welt des Reichtums vor, in der es immer Geld regnet! Er will es ja so! Los geht's! Ich bin so reich, dass ich in Geld baden kann! Schnapp ihn dir! Seine Eltern werden uns ein schönes Lösegeld für ihn geben! Die andere Seite! Nein! Dreh ihn um! Wir müssen nach rechts! Nein! Der Ausgang ist dort! Halt! Hände hoch! Was? Das mach' ich selbst! Du bist frei! Danke! Hier ist dein Geld! Ich will eine Superheldenfigur! Pass auf dich auf! Ich werd' es versuchen! Ja, ich höre zu! Ich frag' mich, was er hier den ganzen Tag macht! Das muss ein cooles Spiel sein! Schon schafft es die Aktien von Matthew, der drei größten Unternehmen, zu crashen! Was hab' ich getan? Was hab' ich getan? Ich muss hier weg! Diese Spielzeugwerbung sieht so verlochend aus! Ich will alles kaufen! Hi, ich möchte eine Bestellung aufgeben! Wow, das ist das Paradies! Jetzt wird mir bestimmt nicht mehr langweilig! Oh, ein Skateboard! Nein! Oh oh, ich muss mich irgendwo verstecken! Kein Spielzeug mehr in meinem Wohnzimmer! Sean hat schon seit einer Stunde Spaß mit seinem Pop-Tube! Ich will eine Limo! Ups! Ich muss auf die Toilette! Oh man, es ist besetzt! Hier auch! Oh, endlich! Grüne Toilette oder Blumentopf? Schwierige Entscheidung! Jetzt kann ich in Ruhe meine Limonade trinken! Ah, schön kalt! Der echte Millionärssohn könnte ewig hier stehen! Aber sein Akku ist leer! Wo sind meine Eltern? Da die Millionäre nichts bemerken, wäre es eine tolle Idee, sie mit Pop-Tube zusammenzubinden! Mom! Dad! Wer ist das? Hi! Wer bist du? Das nehme ich mit! Haben euch Schauns Abenteuer in einer Millionärsfamilie gefallen? Schreibt uns, ob ihr auch so einen Tag verbringen würdet! Abonniert uns und klickt auf die Glocke und verpasst kein Video mehr von WooHoo War Motion!